Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Video von vielen. Gewünscht jetzt endlich in die Realität umgesetzt. Meine Top 10 der seltensten Badgets, beziehungsweise die, die mitunter am schwierigsten zu erreichen sind. Es gibt einige, die sind sehr selten, weil sie einfach gar nicht mehr zu bekommen sind. Meine Top 10, wie gesagt, ein bisschen durcheinander zwischen Seltenheitsgrad und Schwierigkeit. Hier und da gibt es natürlich auch eine Erklärung, wie sie heißt, wo sie herzubekommen war. Aber dafür mache ich natürlich die Kamera weg und wir fangen direkt mit Platz 10 an. Nennt sich Bowler, besitze 125 legendäre Items. Warum sehr selten? Viele der Spieler geben einfach kein Geld für Apex Packs aus. Das heißt, eigentlich ist dieses Badget wirklich nur den Leuten vorbehalten oder bleibt es denen vorbehalten, die kein Geld investieren. Du musst eine Menge Geld für dieses Badget definitiv ausgeben. Als Casual Gamer ohne Bezahlung ist das ein Ding der Unmöglichkeit meiner Meinung nach, dieses Badget zu erreichen. Oder du musst echt keine Ahnung wie viele Jahre dieses Spiel spielen und eine Menge Glück haben, um 125 legendäre Items zu besitzen. Als nächstes relativ unspektakulär. Live, die, live nennt sich dieses Badget. Konnte man in Season 0 kurz nach Release bekommen. Und zwar belebe oder respawn einen Mitspieler rund um den Valentinstag 2019. Season 0 ist quasi nicht mehr erreichbar. Konnte man, glaube ich, nur sieben Tage bekommen. Eigentlich relativ unspektakulär, aber es gibt echt nicht so viele, die wahrscheinlich darauf geachtet haben. Beziehungsweise, wenn du seit Season 0 dabei bist und hast am Valentinstag rundherum gezockt, hast du dieses Ding sowieso automatisch bekommen. Als nächstes Rapid Elimination. Daune. Vier Gegner innerhalb von 20 Sekunden. Auch nicht so einfach zu bekommen, habe ich mit dem Blathorn mal geschafft. Ich weiß gar nicht in welcher Runde, ich habe es nur durch Zufall mitbekommen, dass ich dieses Badget tatsächlich besitze. Als nächstes und die nächsten beiden Badgets wollte ich eigentlich gar nicht mit hier reinnehmen. Denn diese beiden Badgets haben einen faden Beigeschmack. Das ist einmal der 4K Hammer und die 20 Bomb. Die beiden kann man durch ominöse Seiten erkaufen. Die bieten für viel, viel Geld ihre Dienste an und erspielen dir diese Badgets. Und das finde ich eigentlich absolut dreckig. Es gibt aber genug, die haben die auf ehrliche Weise verdient. Also Legend Reth nennt sich der Badget oder eben besser bekannt als hier. Karhammer mache 4000 Schaden an den Gegnern. Auch noch ein Faderbeigeschmack zusätzlich. Ich weiß nicht, ob es in Season 0, 1 oder 2 war. Irgendwo da so rund um diese Zeit. Gab es einen kurzen Zeitraum. Da gab es einen Bug. Da konntest du auch Schaden auf genockte Gegner machen. Und der Schaden hat für den 4K Hammer ebenfalls mitgezählt. Und deswegen gibt es viele, die sich quasi auf unehrliche Weise den 4K Hammer, ich sag mal, naja, erspielt haben. Wie auch immer, als nächstes kommt Legends Wake oder besser bekannt als 20 Bomb. Ganz einfach, mache 20 Kills in einer Runde. Sehr, sehr schwierig zu erreichen. Auch der 4K Hammer. Jetzt, wo das Skill-Based Matchmaking noch ekelhafter, gerade in Season 6 ist, als es eh schon ist. Das Matchmaking ist schon seit vielen Seasons ziemlich, ich sag mal auf Deutsch, abgefuckt. Und bleibt definitiv den meisten, inklusive mehr, einfach mal vorbehalten. Predator, oder auch richtig genannt, You're Tearing Me Apart, Apex Predator. Ebenfalls mittlerweile extrem schwer zu erreichen. In Season 5 wurde noch ein zusätzlicher Rang, und zwar der Master-Rang eingeführt. Und du kannst jetzt quasi auf jeder Plattform, wenn du vor Season 5 es nicht geschafft hast, Apex Predator zu werden, kannst du seit Season 5 nur noch, können pro Plattform, so rumgesagt, nur noch 500 Leute Apex Predator werden. Wenn du dann, was weiß ich, Level 490 bist, bist Apex Predator, und kurz bevor die Season zu Ende ist, rutschst du vielleicht auf Platz, was weiß ich, 500 oder 501, sagen wir, zurück, dann bekommst du diese Badget nicht. Du musst quasi die Season unter den Top 500 abschließen, sonst bekommst du diese Badget nicht. Extrem schwer nur noch zu erreichen. Als nächstes, sieht auch sehr, sehr unspektakulär, nennt sich Teamwork Level 4. Was muss man machen? Klingt relativ simpel, ist es aber nicht. Du brauchst 30 Squad-Kills. Der Haken dabei ist, dass jeder oder jedes Teammitglied genau 10 Kills braucht. Es bringt nichts, wenn ein Teammitglied vielleicht 15 hat und die restlichen 15 verteilen sich auf die anderen Legenden. Du brauchst ein extrem krass eingespieltes Team. Und ich glaube, auch dieses Badget wird den wenigsten oder ist den meisten vorbehalten, sagen wir es so. Als nächstes, auch extrem unspektakulär, gibt es auch nicht mehr. Konntest du nur ein Season 1 bekommen. Nennt sich Wild Frontier Level 4, glaube ich. Dieses Bild ist leider nicht ganz so gut gelungen. Habe ich als PMG-Datei einfach nicht so bekommen, weil dir die Äste oben rum gefehlt haben. Auf der Seite, die ich hier die ganze Zeit eingeblendet habe, die Bilder. Was musste man machen? Wild Frontier Season 1, extrem heftig. Also ich weiß nicht, wie man in Season 1 so die Kontrolle über sein Leben verlieren kann, um das zu schaffen. 50 Wins mit 7 verschiedenen Legenden in Season 1. Zieht euch das doch einfach mal rein. Also das wird wahrscheinlich mit einer der seltensten Badgets sein, die ihr jemals zu Gesicht bekommt. Das ist mal Fakt. Als nächstes, und hier weiß ich nicht genau, wie ich es richtig ausspreche. Dieses Badget 888 Elite Q. Ich glaube, ich spreche es nicht richtig aus. Das ist ein Banner, den konnte man, ich glaube, war es noch Season 0? Ich glaube, es ist ja Season 0. Bevor in Season 1 das Ranked System eingeführt wurde, konnte man dieses Badget bekommen. Gibt es jetzt nicht mehr. Man musste sich für dieses Elite Q erst qualifizieren mit einem Win. Dann hast du dich qualifiziert. Was musste man machen? 8 Elite Spiele mit 8 Legenden und 8 Kills gewinnen. Das ist extrem finster. Also, 8 Kills in einer Runde mit 8 verschiedenen Legenden gewinnen. Das ist wirklich einfach ein absolut heftiges Ding. Habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal tatsächlich gesehen, dass die Gegner mit so einem Badget rumspringen. Und der seltenste Badget, den es im gesamten Spiel überhaupt gibt, und ich glaube nicht, dass es so viele von uns geben wird, die dieses Badget jemals zu Gesicht bekommen, ist nämlich nur den Respawn-Mitarbeitern vorbehalten. Wurde vor kurzem erst eingeführt, nennt sich Death Badget und haben wirklich nur Respawn-Mitarbeiter. Also, solltet ihr tatsächlich mal in einem Random-Squad oder in einem Gegner-Squad genau dieses Badget sehen, dann wisst ihr genau alles klar. Das ist einfach mal ein Respawn-Mitarbeiter. Absolut geiles Badget. Ich bin mal gespannt, ob wir, oder schreibt am besten mal genau in die Kommentare, ob ihr dieses Badget schon mal irgendwann irgendwo gesehen habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich bin mir natürlich sicher, dass dem einen oder anderen vielleicht noch ein Badget einfällt, was hier besser reingepasst hat, als das, was ich gezeigt habe. Das ist einfach meine persönliche Top 10. Ihr könnt euch aber gerne die Mühe machen, eure Top 10 einfach mal in die Kommentare schreiben oder einfach mal vervollständigen, welches Badget hättet ihr anstelle rausgenommen und reingenommen und auf welchen Platz hättet ihr es vielleicht gesetzt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin auf eure Kommentare auf jeden Fall extrem gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen, wenn ihr mich unterstützt auf dem Weg zur 10.000-Abo-Grenze. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.